Er ist elfmal deutscher Meister und zweimal Weltmeister. Ich habe ihn erlebt bei mehreren Events. Er trat bislang in allen großen Fernsehshows auf, die im Einzelnen aufzulisten, dauert einfach zu lange. Wir hängen ja sowieso ein bisschen zeitlich. Sie kennen ihn oder Sie kennen ihn noch nicht. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Ladies and Gentlemen, here we go. Here is Svenmela Mr. Poppen Hood. . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.